Das große Fazit für mich ist, dass wir eins sind. Das war eine wunderbare Gemeinschaft und eine wunderbare Energie zusammen. Das war fließend, immer mehr und so ab dem zweiten, dritten, da war es nur noch pure Energie und Liebe. Was ist das Gefühl, dass wir alle eins sind, dass wir uns einander unterstützen und dass wir uns ineinander immer wieder spiegeln und du daraus sehr viel lernen kannst. Was ist das Gefühl, dass du dich in den letzten Jahren in den letzten Jahren in den letzten Jahren wirst du die Energie, die Weite und die verschiedenen schönen Orte, die wir gesehen haben, wo sich extrem Energie spürt, die dir helfen, loszulassen. Wird dich bei Steffi kommen einfach aus dem Herzen? wirklich tief aus dem Herzen und dass es ihr wirklich wichtig ist, dass du oder dass wir weiterkommen. Und das habe ich bis jetzt noch bei keinem so gespürt oder gefühlt. Noch mal Liebe, Vertrauen und Gemeinsamkeit.